Und ich habe gleich bei der allerersten Karacho-Fahrt gemerkt, wo ich über Kopf fahre, das tut mir richtig gut. Die Hüften arbeiten gar nichts mehr bei mir, hat der Arzt mir erzählt, und es muss alles den Rücken übernehmen. Sanitäter haben mich schon überprüft, der Puls gefühlt vor der Bahn, nach der Bahn, er ist nach der Fahrt gleich ruhig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017